Ich muss euch was sagen, es ist ein Punkt, der mich übertrieben doll aufregt. Es ist einfach diese Blockade-Videos zu machen, ich verstehe es einfach nicht. Ich hab tausende Stunden hier reingeredet in die Kamera, hab alle Themen besprochen und auf einmal gefällt es mir nicht mehr und ich lösche es einfach, ich verstehe es nicht. Leute, ich brauch psychologische Hilfe, sonst raste ich hier völlig aus. Ich möchte euch Videos geben, ich möchte euch Videos geben, aber es funktioniert einfach nicht. Verfickte Scheiße, ich verstehe es nicht in jeglicher Situation. Ich hab mein Handy beim Einkaufen oder was auch immer. Ich hab immer mein Handy parat. Ich mach so, hallo Leute, was geht? Doppelpiece. Ne, Doppelpiece geht nicht, weil ich in der einen Hand das Handy halte. Es funktioniert einfach nicht. Ich rede zwei Minuten, es ist super glücklich und auf einmal kommt der Punkt, Digga, was ist los? Du weißt nicht, was du sagen wolltest. Und dann mach ich es einfach wieder aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Video hier auch einfach an einer bestimmten Position ausmachen werde, obwohl es eigentlich an sich ein völlig gutes Video ist. Leute, es macht mich fertig. Es macht mich psychologisch kaputt. Ich brauch erstmal ein bisschen Zucker. Alter, es macht mich einfach kaputt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich will nicht inaktiv sein. Nein, es war mein Ziel gewesen, die YouTube-Szene zu revolutionieren. Es funktioniert aber einfach nicht, wenn ich inaktiv bin. Ich verstehe das, ich verstehe das. Mann, ich sitze den halben Tag vor meinem PC und versuche ein anständiges Video für euch zu produzieren. Aber what the fuck, Alter, wenn ich auf meine Hände gucke, weiß ich genau, dass das nicht funktioniert. Meine Hände sind Wahrsager. Ihr seht das ganz genau. In dieser Fläche, hier sieht man es. Es wird mir wahrgesagt, du sollst keine Videos hochladen. Ich verstehe es nicht. Leute, ihr müsst mir helfen. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir verfickt nochmal Sorgen. Ich habe es euch allen versprochen, dass ich was verändern werde. Aber wie kann ich denn verdammt nochmal... Ich spreche das Versprechen, indem ich einfach keine Videos mehr hochlade. Und wenn ich nichts hochlade, dann passiert auch nichts. Ihr habt das gesehen. Seitdem ich keine Videos mehr hochgeladen habe. Genau ab dem Punkt, Alter, ab dieser verfickten Millisekunde, wo sich in meinem Kopf was umgelegt hat, ging das so an den Gott. Und der Gott hat das weitergesendet an diese ganzen YouTuber, die genau ab diesem Zeitpunkt wieder scheiße hochgeladen haben auf YouTube. Leute, es tut mir verfickt nochmal übertrieben doll leid, dass ich so inaktiv war auf YouTube. Ich verspreche euch jetzt... Ich muss es euch versprechen. Nein, ich kann es nicht versprechen. Ich hasse es, Versprechen zu brechen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ungelogen. Ich habe heute mit der Verpackung geredet, weil ich dachte, da... Irgendwo... Hier, seid mal ehrlich jetzt. Das sieht doch aus wie ein Gesicht. Wenn man jetzt ganz... Gut, ihr könnt mich jetzt für verrückt erklären oder was auch immer. Ich weiß, was ich gehört habe. Die Packung hat mir einfach gesagt, den Rat gegeben, dass ich wieder anfangen muss. Ohne mich ist YouTube Deutschland aufgeschmissen. Und ihr wisst das genau. Ihr wisst das alle genau. Guckt euch diese ganzen YouTuber an. Gut, es gibt vereinzelte YouTuber, die regen sich auch über die Szene auf. Aber die haben nichts zu sagen, weil sie 100 Abonnenten haben. Nichts gegen Leute mit 100 Abonnenten, aber was wollt ihr erreichen? Ihr werdet gedisliked alleine schon nur, weil man bei euch eine Zahl 100 sieht. Da denkt man sich von Anfang an, ey, der hat dir eh nichts zu sagen. Aber ich, ich habe 155.000 Abonnenten. Und die Leute gucken sich sowas auf Prinzip an. Ihr wisst das ganz genau, dass das so ist. Das ist einfach so. Man kann einfach 160.000 Abonnenten haben und die größte Scheiße machen. Ich könnte auch 30 Sekunden rülpsen und ich würde Likes bekommen von irgendwen, weil Leute meine Videos feiern oder was auch immer. Aber das schreitet völlig vom Thema ab. Ich möchte mich verfickt nochmal einfach nur für meine inaktive Fade entschuldigen. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ich, ich war ja nicht komplett weg vom PC. Wie gesagt, ich habe versucht Videos zu machen every day, every night. Ich habe Inspiration gesucht. Doch es hat alles einfach nichts gebracht. Es hat nichts gebracht. Ich hoffe, dass ich... Alter, ich bin bei 3 Minuten 30. Das ist ein verfickter neuer Rekord. Leute, ich lüge euch nicht an. Ich schaffe es einfach, kein Video zu Ende zu bringen. Ich habe einfach das Gefühl, dass sich alle YouTuber gemeinsam gegen mich verschworen haben. Und alle every day, every night so auf ihrem Bett hängen. Bitte, bitte, lasst Tanzebot keine Videos mehr produzieren. Er gefährdet unser fucking Business. Ich will weiter Schuhe reviewen und Fake Pranks hochladen. Leute, ich verspreche euch, ich werde dagegen wieder vorgehen. Ich habe keinen Bock mehr. Dieser Boom, dieser Boom-Druck in meinen Kopf. Er ist zu groß geworden, weil ich muss irgendwo meine Wut rauslassen. Und das ist nur mal in den Videos, wenn wieder irgendwelche YouTuber Scheiße bauen every day, every night. Ich verspreche es euch. Ich, nein. Versprechen, das sind immer Scheiße, weil die kann man brechen. Leute, es wird euch einiges ändern auf meinem Kanal. Ich habe es euch damals versprochen, dass ich was ändern werde in der Szene. Ich habe es euch einfach versprochen. Es gab viele Leute, die mich ausgelacht haben. Aber guckt euch das Like- und Dislike-Verhältnis an. Leute haben mich endlich verstanden und ich werde was ändern. Ich bin die Hoffnung von YouTube Deutschland. Und das verspreche ich euch. Ich werde was ändern hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich so verwirrt bin. Habt ihr den Punkt gerade? Den Punkt, wo ich nichts gesagt habe? Das war eigentlich zum Punkt, mein Kopf wollte mich dazu inspirieren, dieses Video auszumachen, um das zu löschen. Aber das lasse ich nicht zu. Das werde ich nicht zulassen. Ich werde mich von den Geistern oder Dämonen, was auch immer neben mir rumführt. Ungelogen. Ich lüge nicht. Bei mir fallen manchmal Dinge runter, die gar nicht runterfallen können. Durch Luft. Warte, durch Luft. Das Ding wiegt 5 Kilo. Und es fällt einfach runter. Hier sind böse Machenschaften am Werk. Ihr könnt mich auslachen oder was auch immer. Aber ich habe viel mehr erlebt als ihr. In der Hinsicht. Jetzt nicht auf den Streets oder so, was ihr jetzt hier labert. Aber Leute wollen mich runterziehen. Mit allen möglichen Mitteln. Und ihr glaubt gar nicht, wie weitreichend das alles ist. Das Auge sieht nicht alles, was passiert. Alles klar. Ich werde aufräumen. Haut rein. Ich werde aufräumen. Ich werde aufräumen. Ich werde aufräumen.